Wie hat sich das Leben bei uns so dermaßen verändert, dadurch, dass wir plötzlich interessante Menschen für die Presse waren und für die Weltbevölkerung, sag ich mal so, dass wir kaum Ruhe fanden, unsere Gedanken zu ordnen und zu bündeln. Ich habe im Nachhinein noch ein schlechtes Gewissen gegenüber Herrn Schumann. Wir sind ja, weil wir nach Hause gekommen sind, rein euphorisch und wir hatten doch auch eine Leiche mit nach Hause gebracht. Und gegenüber Frau Schumann habe ich noch nicht mal irgendwie einen Brief geschrieben oder in irgendeiner Art und Weise kondoliert, weil mich dann also dieses neue Leben, diese Präsenz der Presse so dermaßen überfahren hat, dass ich kaum zu normalen Gedanken kam. Und es war nicht nur die Presse, es sind ja auch sämtliche bekannte Freunde, Kollegen, die mit meiner Familie gebangt hatten und die jetzt auch das Recht hatten, einen zu sehen oder mit einem zu sprechen. Diese Gedanken bezüglich Herrn Schleyer und auch der Tragödie oder der Selbstmorde in Stammheim, die sind erst sehr viel, sehr viel später gekommen. So, dass ich das eigene Wohlbefinden, das eigene Leben, diese eigene Freude am Leben zu sein, ja, sehr gelebt habe. Und da gab es keinen Platz für irgendwie etwas anderes. Erst dann trat so ein bisschen Normalität ein. Und ich bin auch, also dann kamen noch Arztbesuche dazu, damit es einem wieder ein bisschen besser geht. Und ich hatte eine Venenentzündung, die musste behandelt werden. Und ich wollte, und das war so meine Rezeptur, ich wollte möglichst schnell wieder in mein altes Leben. Und wir sind dienstags zu Hause gewesen und montags danach bin ich wieder zur Schule gegangen und habe wieder gearbeitet, um wieder diese Normalität zu fühlen oder so und um auch wieder runterzukommen und zu sagen, so, jetzt ist es wieder so, wie es vorher war. Und ja, danach sind immer wieder Anfragen gewesen, besonders denn, wenn sich dieses Jahreszahl sich dann irgendwann wieder im Kalender fand. Und sogar nach zehn Jahren oder 20 Jahren ist nochmal wieder eine Interviewanfrage gekommen. Aber in der ersten Zeit war es wirklich drastisch. Für mich selbst, es ist so gewesen, dass ich den Alltag als beruhigend empfand. Es war wieder so, wie alles vorher auch gewesen ist. Und ich konnte mich in diesem Alltag gut wieder einfinden und habe auch durch die Entführungserlebnisse keine erkennbaren nachhaltigen Folgen wie Traumat, also schlechte Träume oder Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit oder andere Dinge so vordergründig erlebt. Ich glaube schon, dass dieses Wiedereinkehren in die Normalität ganz richtig war. Dennoch muss ich also sagen, wäre es auch sehr wichtig gewesen, professionell begleitet diese Ereignisse doch aufzuarbeiten. Und das ist ja nicht geschehen, weil letztendlich in Deutschland ja die These besteht, freie Heilfürsorge hat jeder, ihr kümmert euch selbst und dann könnt ihr euch auch als Hilfe in psychologischer Hinsicht suchen. Und das empfinde ich als negativ. Also ich hätte es wirklich gerne gesehen, jetzt mit dieser großen Entfernung, wenn diese Aufarbeitung an uns herangetragen wäre und wir nicht damit alleingelassen worden wären. Ich habe auch danach noch immer ein sehr großes Bedürfnis gehabt, und das gehört auch dazu, die Menschen, die mit mir im Flugzeug gesessen haben, wiederzusehen. Und das gehört ja auch in diesen Aufarbeitungscharakter hinein. Das musste man dann, wenn man es irgendwie hinbekam, auch selbst organisieren. Wir waren ja bei Gabi Dillmanns Hochzeit zum Beispiel. Und das ist dann keine Hochzeitsfeier, das ist dann mehr eine psychologische Sitzung und so weiter. Das hätte man vielleicht ein bisschen trennen können. Und das wäre gut gewesen, wenn das auch von offizieller Seite organisiert worden wäre.